Hallo Leute! Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft! Skyblock wird ab sofort wieder fortgesetzt. Jo... Da sind einige Geräte zugekommen, aber das ist erstmal egal. Ich will auf LP-Scale-Map wieder rauf und... Neustell ein bisschen bauen. Vertriebene bauen, aber sonst was, aber ok. Na ja, dann lass uns mal anfangen. Uh, unsere Bäume sind auch wieder gedeiht. Das passt ja wie am Schnürchen. Werde ich das mal gleich nutzen. Da wird gleich mal das Böllchen hier kaputt gemacht. Da kriege ich nämlich nur Heuzäune. Oder... Die Kohle habe ich denke ich werde ich Ebenbaum jetzt einschmelzen. Und das Rest wird zu Holz verarbeitet. So, das schmelze ich hier ein. Schön melty, 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 yeah. Moment. Jetzt... Eins, zwei, drei. Perfekt. So, gut. Dann fährt einfach mal den nächsten Baum. Ja, ich habe mich jetzt eine Woche nicht gemeldet, weil ich keine Internetverbindung hatte. Die Behörden haben mir das ein bisschen ge... Ich sag mal ein bisschen gecuttet. Sag ich jetzt immer vorne rein, vorne raus, vorne zu, vorne weg. Dass die von Instagram erst mal gesagt haben, dass sie nie bezahlen konnte. Da haben sie mich erst mal weggenommen. Soll ja aber eigentlich das Problem sein. Wenn ich jetzt ehrlich sein soll. Und wie immer habe ich immer noch die Maschine hier. Mit dieser ja, so gesagt, das anschalten. Und nun möge das Quaften beginnen. Perfekt. Muss ein bisschen leiser schalten. Und das Licht ausmachen. So. Gut. Und wie man sieht, ist es schon wieder Abend. Ja, ja. Die Zeit vergeht wie ein Stiobi. Lustig. Zeit vergeht wie ein Stiobi. Wahnsinn. Spongebob Wahnsinn. He. Eichenbrett da. Heilen damit. Äh. Moment. Ich glaube hier lassen wir noch alles so wie es war. Weil ich will ja auch erstmal... Moment. Ich möchte... Ja. Koppels da unten abbauen. Ist da ein Stiobi drin? Ne. Okay. Okay. Dann jetzt ist es wohl los. Zum Steinfarming. Ich weiß. Es kommen wieder etliche Tage. Ja. Sagen wir es mal so. Es kann wieder eine Weile dauern bis ähm... Ich weiß jetzt nicht was ich reden soll. Erklärungslehr. He. Reden wir eben über Erklärungslehr. Also eine neue Taktik. Wenn dir nichts einfällt, sagst du einfach mal. Es ist Erklärungslehr. Daran ist doch nichts falsch. He. Doch. Alles ist daran falsch. Dann würde ich jetzt sagen. Was? Alles? Würdest du mich verraschen? Würde ich sagen. Ja. Immer wieder lustig ey. Immer wieder Sonntags kommt der Weihnachtsmann. Immer wieder Sonntags kommt der Weihnachtsmann. Und dreht dir die Eier an. Oder so weiß ich. Zum Weihnachtsmann Psycho da. So wie gesagt. Die es vor hat. Kann ich leider nicht beurteilen. Kann ich leider nicht beurteilen. Kann ich leider nicht beurteilen. Im Spielen war dir ein Weihnachtsmann Psycho. Psycho Center. He 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 he. Es haben bestimmt keine Kinder. He he he. Es ist bei der Kirche. Du hast den Weihnachtsmann zu beleidigen. Dann kriegst du kein Geschenk. Ich krieg auch so kein Geschenk. Weil ich zu doof dazu bin um das zu checken. Ist ja nicht viel zu doof. Dufi dufi duf duf. Dufi dufi duf duf duf. Dufi dufi duf 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 duf. Ich bin bei dir. 41 Komm 41 Komm 42 Braaaav. Sieg46 Na komm schon. Schterbe blir Staner mum was macht und sauer um zu lernt. 50 51 und so weiter und so fort naja darüber heulen bringt ja auch nichts die wollen ja bloß wissen ob ein Video Editor wie PowerDirector ob das für ewig bleibt weil damit kann man richtig schön viel Speicher sparen jetzt habe ich so einen Schiss dass das Programm nachher nicht mehr sein soll und dass die anderen Video Editoren da höllemäßig viel Speicher wieder zusetzen das weiß ich aber nicht wie das der Fall ist das kann ich leider nicht sagen ist mir auch zu schwer zu schwer zu timbiösisch ja Spellager redet wieder scheiße wie immer Dart stirbt naja ok so da da so gesungen und gerecht oh the next three ist fertig sehr schön wenn ich jetzt hier noch Stämme habe dann werde ich auch mal wartet wenn ich genügend Stämme habe bäume hier mal einen Stämmeren Boden oder irgendwas aus Holz irgendwie weiß das Holz genau wo komme ich jetzt da achso ich muss selbst ihn platzieren dass der nächste Baum wachsen kann aber da hinten muss ich auch nochmal ihn platzieren so jetzt ist wieder alles rosig ha witzig jetzt Holz rein in der Gratis Maschine ja und dann kraften wir auch los ja 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 ok das war ja oh doch also Gratis haben wir bekommen so wird dann werden wir erstmal einen Steinboden erstellen einen steinenden Boden werde jetzt aber nicht alles mitnehmen weil aus dem Grund wenn ich eine Lava fliege dass ich nicht alles verlieren tue gut ich hoffe wir brauchen sie gut wie gar nicht hier Steinspitzhacki ja nehmen wir erstmal den 64er Stack mit meiner 24er Stapel Pilze gedeihen auch sehr schön perfekt mit einer Kamera ist so groß in Ordnung ist der SD weil ich bin nicht so HD Freund weil das so viel Speicher und so viel länger das Hochladen dauert und von Hochladen bin ich so gesagt gar kein Freund mein Kind mein Kind kommt das hier Brot Piloten falls man das kennt na nein meine Hände sind ganz rein weiss ja nicht ob von euch jemand Nickelodeon noch guckt aber ich gucke da denk ich sehr gerne alles Hockeyonig aber das meiste meiste Ja bestimmt so was hier, wie das heißt hier Dr. Sonstwes oder was weiß ich, da wird sich alle angucken. Ja wie hieß das? Irgendwann mit Grace Anatomy oder wie das heißen soll. Grace Anatomy, das ist ja wie eine Atomsendung. Anatomy, Atom. Wo ich davon keine Ahnung habe, also wie soll ich da nicht mal frech rumrätseln? Nein, mache ich schon nicht. Das heißt bestimmt dann die Leute, das fein war vorhoffen. Moment, ich muss das wieder pflanzen, 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 bumsen. Die bumsen muss ich nicht. Das ist mir bloß so rausgerutscht. Man weiß ja, ich glaub an so'n Scheiß nicht. Das ist mir nur so rausgerutscht, da braucht er keine Angst haben. Das wäre wohl das schlimmste, was ich begehen könnte, ja. Wenn ich jetzt ehrlich bin, wäre das jetzt das schlimmste fortale Fehler, den ich jemals begehen könnte. Reden tut es bei Lucky schwerer. Und richtig sprechende kann er auch nicht. Ich weiß, dass ich nicht richtig sprechen kann. Sagt nur eins, danke der Nachfrage. Wenn ich jetzt wieder hier rausgehe, das ist unerhört. Okay, viel Profit haben wir jetzt nicht gemacht. Na ja. Hauen wir noch mal das hier rein. Moment. 3, 2, 1, los. Ach toll, jetzt hab ich den Futterblock verfeiert. Mist. Bernd sagt immer Mist, Mist. Wer hat das Brot? Bernd isst und Bernd isst Brot. Oh, du Scheiße. Ich muss vielleicht hier raus. Hau, ich bin ein böser Bubi. Ich bin ein Lumpsenbumsen Bubi. Ne, 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 ne. Oh, ich bin mal. Oh, Alter. Oh, doch. Geil, weiter geht's. Schiene läuft da tausend Stunden weiter. Ja. Gut. Dann haben wir jetzt eigentlich alles erledigt. Meine Fläche würde ich gerne hier unten bauen. Also so gesagt. Bevor es aber losgeht, werde ich mal das ganze Inventar aufräumen. Weil das bringt das sonst gar nichts. Brotstein. Äh. Äpfel. Irgendwann in der Chess. Augenblick. Gut. Perfekt Mario Party. Ich weiß ja nicht, dass das soll. Aber ist ja auch eigentlich egal. Immer Stubi. Aber. Aber ist ein schönes Wort. Ich weiß. Werde ich erst mal nach den Stein suchen. Nehmen wir jetzt aber nur die Hälfte mit. Man weiß ja wie das Kantat sein kann. Und das möchte ich ja so gesagt auch nicht gerade haben. Dafür, dass ich noch sneaken kann und nicht runterfallen tue. Deshalb habe ich ja bloß die Hälfte an Steinen mitgebracht. Weil es gab noch mal ein Update und ich weiß nicht ob sie das jetzt entfernt haben. Das sneaken. Also war ein kleines Update aber ich weiß nicht ob sie das jetzt so. Ja. 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 Ich fern vonиюst von keinen. Ständig häng ich nur noch einen Ton hinten daran und dann mach ich wieder einem anderen Tag weiter. Jetzt weiß ich ja noch nicht so genau. Wie das so gesagt ablaufen tut. So, 32, ja, jetzt sneaken wir mal weiter, er ist ja fertig am Sneakers, wenn man springt. Oh, ja, naja, ok, was soll's. Hab ja schon bisschen, bisschen, bisschen Herzrasen für ein paar Stücke Steinen, was so ein Dattes besoldet, ey, verstehe ich da, wenn das mit Diamanten werden, aber nicht, wenn das hier, wenn das, und wo das gerade knistert, wie gesagt, das können die machen, kann man machen, wenn man Diamanten abbaut, aber ein paar lächerliche Koppelstorne, soll man auch genassenfach kriegen, also wirklich, wer war der größte Witz, da lachen wir wieder alle, ja, der Spruch wird auch, Alter, ja, ich weiß, ich werd eben nicht jung, Jungsein ist auch schwer, stimmt ja eigentlich, eigentlich stimmt das, Jungsein ist wirklich extrem schwer, so, nehm ich wieder einen Steckenstein mit, werde damit auch jetzt eine wunderschöne, ich hab nur zwei geworden, ich hab nur zwei, ach ne, gut, dachte ich, dachte ich, der dritte ist noch nicht gewachsen, dachte, dass ich jetzt so, dass der innerboden auch wieder ganz große geworden ist, aber was soll's, mach mir so ne Gedanken wie ein bisschen Koppelstorne, ey, das ist der Wahnsinn, wahrscheinlich sei, dass ich so lazy bin, um das abzubauen, so faul, baul, jutsch, biong, 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 alles anbauen, zubauen, färbauen, einbauen, oder als sonst was, oder, bisschen stüwi, auch sowas von egal, ja, naja, oh, aufpassen, jutsch, als nächstes würde ich gerne da, so gesagt, hier rüber bauen, jetzt muss ich wieder aufpassen, das Gute ist, dass jetzt Nick mit dir so viel helfen tut, ja, ich hab jetzt vergessen, wo man setzen tut, ach so, gut, ich hab jetzt grad vergessen, wo ich den Block setzen tue, hm, witzig, wie kann man denn versetzen, wie kann man denn versetzen, wie kann man denn versetzen, tja, ich versetze gerne viel, wenn dann versetzen ihr denn los, ja, heiß auf deutsch, loser, loserstiere, ja, so läuft der Stilwiese, läuft der Mario, so laufen die ganzen Peaches in Super Mario World, was weiß ich, Super Mario World, was weiß ich, klar doch, Spider-Key denkt ja noch immer mehr Scheiße aus, soll ich das, denn mach ich das, hm, Spider-Key denkt ja noch mehr Scheiße aus, wie doof, wie doof kann man sein, ey, ich wollte das hier ohne perfekte Stein-Plattform, ich weiß nicht, ob der Tandy gleich abstürzen tut, kann ich jetzt erstmal nicht beurteilen, Augenblick, Augenblick, Juvie, sitz doch mal, Ach, das waren 4 Abstand, doch nicht 3, ja, kann man schon sich verschätzen, nicht wahr, böser Spider-Key, dass der von der Schule ja nix behalten, ich will von der Schule auch nix wissen, Leute, und ich bin hier nicht, ich bin hier nicht, ich bin hier nicht, ich bin hier ein Schülf, wenn, oder, jetzt auf Englisch heischen, heischen, heisch, he, wie heischen auf Englisch, ich spreche mal wieder besondere Sprache heute, oh ja, Deshalb fahre ich jetzt noch ein bisschen behindern die Cobblestone. Sechs, sieben, acht, neun. Ist jetzt nicht viel lange das dauern tut, aber okay. Das soll auch erstmal scheißegal sein. Naja, das soll jetzt. Boah, ist ja bis 20 ab. 24 bis 20. Vielleicht reicht es ja schon. Jetzt hat endlich die Uhr. Hey, Gluck, Gluck, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ja, vermute mal wir sind schon längst wieder am Ziel. Also am Ende des Parts hier angelangt. Jetzt nur noch schnell die Fläche hier ausbauen und dann sich den Part erstmal sein lassen. Das entlassen nicht ganz, aber okay. Dann ist ja auch schon spät in der Nacht. Ich baue jetzt erstmal noch Steinplattformen hier aus. Das sind genau neune. Dann werde ich da als allererstes noch mal acht Steine abbauen. Und dann müssen wir den Part erstmal wieder beenden. Eins. Zwei. Dauert jetzt nicht mehr so lange. Ich bin gleich durch. Aber die scheiß Lava die frisst da sich wieder fett ey. wo ich auch nicht gerade dünn bin. Hab auch hier schon zugelegt. Was ich jetzt mal so zugeben. Was ist das für ein Geräusch. Jetzt sind jetzt hier realistische Zombies unterwegs. Da ist irgendwas mit der Elektronik. Ich vermute immer, dass irgendwas mit der Elektronik bei mir ist. In der Mitte Räusch dieses Quietschen hat mich jetzt ein bisschen Angst gemacht. Juck Leute, wie es weiter geht sehen wir dann. Ich stelle mich noch auf einer sichereren Ebene. Wie es weiter geht dann im nächsten Part. Bis dann.